Hallo, ich bin Ilona Kiften und wie Sie wissen, gehe ich den Dingen ganz gerne auf den Grund. Da gibt es ein neues Haschmittel. Haschisch Futur verspricht Dröhnung pur. Starke Worte. Deshalb habe ich erst mal bei den Drogenhändlern nachgefragt, was das eigentlich heißt. Dröhnung pur bedeutet verbesserte Kiffleistung und Suchtverträglichkeit. Schauen Sie, Sie sind jetzt noch kompakter geworden. Also wieder mal ein Konzentrat. Eben nicht. Unsere Drückstoffe brauchen jetzt weniger Platz, wir dröhnen aber besser. Naja, dass so was der Dealer sagt, ist natürlich klar. Aber prüfen wir erst mal die Rauschaspekte. Professor Haluzigenius. Erstens, man dosiert nur halb so viel Shit pro Joint wie bei herkömmlichem Haschisch. Zweitens kann man die doppelte Menge Stoff durchziehen, ohne den Kreislauf zu blass. Nicht schlecht. Und man hat berechnet, dass jährlich über 8000 Kilogramm Heroin und Kokainpulver gespart werden könnten, wenn alle Haschisch Futur rauchen würden. Aber dröhnt es auch wirklich besser? Mal eine Rockband fragen. Die verstehen was vom Kitten. Also wir haben jetzt hier mal 50 Joints Probe geraucht und tatsächlich, mit dem neuen Haschisch Pur bin ich wesentlich kreativer. Auch ohne zusätzlichen Alkohol. Und das, Frau Kiften, setzt neue Maßstäbe. Messbar besser belastet den Kreislauf weniger. Die haben recht. Haschisch Futur ist Dröhnung pur.